Seit 1981 sticht das Traumschiff schon in See. Die ZDF-Serie ist auch 40 Jahre später immer noch richtig erfolgreich. Fast wäre es dazu allerdings nicht gekommen. Denn Serienmacher Wolfgang Rademann wollte 1989 das Traumschiff beenden. Das erzählt Wolfgang Riebitsch, damaliger Hoteldirektor auf der MS Deutschland gegenüber Travelbook. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Serie auf seinem Schiff gedreht und er und Rademann hätten sich angefreundet. Eines Morgens 1989 kam es dann zu einem überraschenden Gespräch der beiden Männer. Wolfgang Rademann und ich haben immer zusammen gefrühstückt. Dabei haben wir natürlich auch über die Dreharbeiten und die Serie gesprochen. Eines Tages hat er beschlossen, die Serie auslaufen zu lassen. Riebitsch erklärt weiter Er war ziemlich sauer. Die jungen Schauspieler waren zu arrogant, die alten zu teuer. Rademann wollte noch einen letzten Teil machen. Als skurrile Komödie, in der ein Ruderboot das Traumschiff aus dem Bild zieht. Auch wenn diese Folge sicherlich lustig gewesen wäre, kam es zum Glück nicht dazu. Doch am nächsten Morgen sagte er Wolfgang, ich habe gestern mit dem ZDF telefoniert. Die haben mir so viel Geld geboten, dass ich nicht aufhören kann. Wolfgang Rademann verstarb 2016. Seine Kreation, das Traumschiff, kann sich immer noch großer Beliebtheit erfreuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017